Was ihr in Teil 2 verpasst habt, ist sicher ein Scheißbart. Oh. Oh Gott. Aha. Wieder auch nix. Ich hab schon mal die Augen folgen, aber ich hab wahrscheinlich schon Paranoia. Alter, fuck off. Jetzt die Tür wieder offen. Oh ja. Ich bin gespannt, dass uns das Bild jetzt in der Runde gibt. Oder nicht gibt. Oh, wir haben... ...und... ...der nächste Strich passiert. Wir komplementieren das Bild... ...auf Flamingos. ...künstlerisch... ...in Gedärmen. Und... Oh. Wir haben... ...das nächste... ...Puzzleteil von seiner Haut anscheinend... ...freigeschaut. So. Achso. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Nicht irgendeiner Leinwand. Ich musste ein Messer finden, nicht irgendwo ein Brotmesser. Es musste scharf... Oh. Die beruhigende Musik... ...die war gerade fein, aber... Es musste scharf sein wie eine... ...scharf wie eine Rasierklinge sein. Also... ...benutze ich tatsächlich eine Rasierklinge... ...und zog vorsichtig die Haut ab. Der Suff half dabei... ...meine Hand ruhig zu halten. Das ist der Part, wo wir gerade vorher gesehen haben. Ah, wir können einfach nur öfters in Hautfetzen ansehen. Top, top. Und er hat uns nochmal Post hinterlassen. Ja. Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du übern Berg. Was ist daran so schwer? Shapeless Dreams. Arschstuhl. Und der ist wirklich Wend. Licht war rot nicht gut. Grün. Ah, ich kann auch in Richtung gar keine. Ah. Okay. Oldschool Fahrstuhl. Tür schließen. Geht die Wille fahrt. Gott. Also wer so... Also wer so einen Lift... ...den sie in einem... ...den sie in einem Haus hat, der muss vor nichts anderes Angst haben. Aber... Äh... Vielleicht schon. Ja. Kann mal wieder wegfahren. Oder so. Ist das nicht ganz auf Gott? Ist da ein Herzschlag? Ist da ein Herzschlag? Nein. Ich bin zu der Kuh. Ich bin zu der Kuh. Ich bin zu der Kuh. Zu der Kuh. Zu der Kuh. Zu die Kuh. Nichts. Tief durchatmen hat es vorher gekostet, tief durchatmen. Was? Wo versteckt mein Schlüssel am besten, hm? Ja, wissen wir es. Hallöle. Ah, ein Schlüssel. Machen wir mal den Schlüssel an uns. Safe is safe. Und, sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom Sankt Anne alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde. Sofern Sie von jeglicher Weiterkorrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Ansprache nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Doktor mit Wurscht, William H. Green. Okay, wir sehen also, weil er ein bisschen auszuckt. Wegen unserer Frau und Han und sind in einem anderen Gang, aber wir haben einen Schlüssel, aber wir sind jetzt mal woanders. Oh, und das Klavierfoto nur in hübscher. Und sie spielt als Klavier, der Zeichnet gleichzeitig. Der Raum hinter uns ist zum Glück immer noch der gleiche. Bild, aber nicht. Bild, aber nicht. Immer ein mehr an den Raum, dann nicht wechseln. So. Ah, da ist wieder ein Lift. Da haben wir aufgesperrt. Noch ein Schlüssel. Die Tür will, glaube ich, schon wieder hinter uns zu. Ja. Wenn man ein bisschen in der Tür stehen bleibt. Da heißt ja nichts Gutes. Unsere Taktik ist immer noch von rechts nach links. Das sieht doch einmal, was aus dem Schrank gefallen ist. Da habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Oh, Räble. Auf dem Dach. Am Anfang ist ein Keller und jetzt müssen wir ein Dachboden. Ja, GG. Ja. Da brechen wir sicher i, oder? Das ist ja, schnappt die Tür da auf. Armer Hauschammel. Jetzt einmal schauen, ob wir da i brechen, oder? Woher kommen wir uns? Okay. Es ist einfach nur scheiße, gefährlich. Und es ist hier mit Möbel im Haus. Das ist eine ganz normale Verwertung. Von alten Dingen in seinem Haus. Anscheinend. Die Tür ist schon wieder zu hinter uns. Das ist schon wieder die nächste Kiste. Ich bin gespannt. Oh Gott. Mhm. Cool. Next. Wir sind wohl mit unseren Ängsten i, gespürt. Würde ich mir jetzt persönlich ohne den... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin schon wieder nur drauf, dass ihr Buch oder sowas erfällt. Ich bin schon wieder in dem Raum. Ich erkläre anders. Geldkugel. Angeregte Zwangsstörung als Erfolg. Das ist wohl, weil ich jede Tür aufmache. Noch irgendwas zum Lesen. Noch nicht. Ja, wieder hinter uns. Ah, die explodiert einfach hinter uns. Ah, die ganze Hütte explodiert hinter uns. Fuck. Ja. Ich werde immer persönlich ohne die Wohnung gehen. Aber... Nix zu... Okay. Licht. Jede Scheißdürft. Oh, da ist ja flüschter Tür. Schnell weg. Ja, wieder... Hm. Oh, wieder so ein Doppelgesicht. Bumm. Löhle. 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 Viele... Globusis. Kamerons in dem Leben. Okay, man sieht mal das Spiegelbild, nicht? Ah, aber da statt Text... Kann nicht rückgängig gemacht werden. Lässt man wahrscheinlich, wenn man da... Oh Gott. Da bin ich schon der Volk gewesen und trotzdem. Kann ich wieder zurück? Na, bitte! Oh Gott, da hat ihn... Weil jemand... gestorben. Irgendwenn. Globusi. Das ist eine Verschwörung von der Globusis. Okay. Bitte Hilfe! Oh. Bring uns einfach um. Hm? Oh no! Let me do this for you. So, aber... Wenn es da flüstert, ist das sicher der Ding, oder? Goodbye. Remember how you said it would nice to have a pad so the baby could have someone to play with? Well... I just bought us a dog. Oh... Obkel. Wer nennt, du sind ein Hund so? Es schaut fast Schreibschrift aus wie Popel. Hat also auch einen Hund kauft. Das heißt, bis jetzt gibt er Künstler, seine Frau, Musikantin, Kervierspielerin, Kervierspielerin, sind Kind und sind Hund da. Der hoffentlich nicht so schaut. Das wäre nämlich... nicht so. Na, ich will das nicht. Okay. Nix. Man müsste irgendeinem Eck suchen, aber... Man müsste irgendeinem Eck suchen, aber... Pfff... Das ist schon mal angestellt, weil es mir jetzt zusammenklappt wie ein Rollstuhl oder was. Folgt mir der Rollstuhl jetzt. Rechts vor links. Es fliegt... Es fliegt... Es schaut aus, als ob es wegfliegt. Du... Gott. Ich werde aus. F- Gott. Gut. Da geht es wieder ums Eck und da geht es doch. Oh, Wetter. Bilde jetzt so klein. Nein, es steht wieder hinter was. Es hat mich einfach am Anfang teleportiert, oder? Ah, okay. Ach Gott, sie wissen wo ich ane muss. Sie steuern mich. Sie sind in meinem Kopf. Ich habe in der Ahnung geschaut, dann hätte ich mich erschreckt. Und eindeutige Elektriker, wenn immer das Licht ausgehört. 12. September. Also im Moment noch gar kein Datums. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte. Hast sie mich wirklich so sehr? Oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Interessant. Entschuldigt, dass es seine Frau, aber sie stritt dazu. Fuck. Das hat uns fast... Propeller oder Ventilator schlagen. Ja, scheiße gestanden wir. Every movie. Ja, bumm. Wir Cannons mittlerweile. Wieder. Wieder. Und das Geräusch. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ja mit, leer war mal der Schlüsseltisch. Schlüssel ich immer. Juhuuss. Juhuuss. Ich bin hier. Niemand da Niemand da Keiner zu Hause Hab Licht Jeden Zimmer Malutensilien We found it Wedding picture Überall die ranzigen Hemple Und ob ich da ready bin Badendieb Oh Das Haus ist absolut Wahnsinn Oh, aber die Städte Mit dem Lager Und ich denke, du musst mich ins Bett bringen, als wir in die Städte Bock war eins hier im Schlafzimmer, das stimmt Kommen wir jetzt da ane Oh, wir haben den Schlüssel für den Äh, da ist wieder Gart, chick Glamour fusion max gegen acne Perfekt Perfekt Die war wahrscheinlich das Model Hier kommt noch mal ein Ding Irgendwie schaut da jeder Raum Oh, das ist sein Schlafzimmer So ähnlich wie der Wo wir vor da waren Geht auch ganz weiter, dann schauen wir noch zuerst Was er noch so gibt Beide damn Prothesen Diebe Okay 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 Das hat ja mal vor der Außen Oh Oh Jetzt Krabeln Ein bisschen Spalt im Schrank Ah, sie baut sich halt wieder zum Ja, dann bauen wir die Hütten mal auseinander Oder? Ich weiß noch nicht, ob das so smart ist Ja, dann Ich habe die Hütte Ich habe die Hütte Ich habe die Hütte vorhin Ich wusste, wie es war Ich habe die Hütte Ich habe die Hütte in eine Hütte und sie blüht in meine Hütte Dann habe ich die Hütte in die Hütte und es einfach kam Der Koffer hat mich die ganze Nacht Warum ich nicht an einen Szyrnge Okay, wir haben also sie in Blut gefunden, in einer vergammelten Hütte, die mir jetzt wohl ein Gültiger kaputt gemacht haben. Und dann geht es da weiter. Oh, an ihrer Geige, die Sparles. Was in der Welt machst du? Was hat der Doktor gesagt, um sich zu streiten? Lass das Ding allein. Es geht nicht irgendwo. Kann man da jetzt wieder raus? Raus. Ich glaube, im Escape müssen wir die Bude wieder aufbauen. Cool. Cool Idee. Okay, ist noch nicht alles weg. Da muss wohl die Haushälterin noch ein Stückchen kommen. Was machen wir denn? Da waren wir doch schon. Oh. So? Sind wir denn wohl beim nächsten Part. Unserem Bild. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020